Grüßt meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut. Ganz kurz halte ich jetzt dieses Video und zwar einige von euch können meine Videos leider nicht auf dem Smartphone gucken. Ja, es gibt zwei Sachen, wieso das so ist. Die erste Sache ist und zwar, ihr seht hier zum Beispiel, die Videos sind bei mir im Einspruch, also urheberrechtlich gerade am Laufen oder hier unten sind einige Videos, die erhalten solche sogenannte urheberrechtliche geschützte Sachen. Und der Urheber bestimmt, ob das Video auf dem Handy abgespielt wird oder nicht. Aber es gibt eine Abschaffung dagegen und zwar, ihr braucht die sogenannte YouTube App. Und in der YouTube App gibt ihr ein, mein Name, also hier beim Suchen, oben, mein Name. Sekunde, ich bin zu doof um meinen Namen zu tippen, so. So, und wenn ihr meinen Namen eingetippt habt, ich hoffe man kann das gut sehen, könnt ihr auf meine Videos klicken und die funktionieren. Also, die Videos laufen, ihr müsst nur die YouTube App haben und dann läuft das wie geschmiert. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch was geholfen oder überhaupt geholfen. Wir sehen uns, bis demnächst, tschüss.